So und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag. Es ist 9 Uhr und um 12, 15, 18 und 21 Uhr gibt es eine neue Serie. Ich wollte jetzt bloß nochmal erklären, warum dieses Projekt zu Ende ist und dass es jetzt einen Downloadlink gibt. Also ich habe dieses Projekt einfach oder diese Serie einfach deswegen beendet, weil es jetzt nicht mehr groß viel gibt, was man jetzt noch zeigen könnte bezüglich Mindtist und Lua. Alles andere muss man sich weiter einarbeiten. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt zu Mindtist und Lua, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Wenn ihr mich um ein Video bittet, werde ich vielleicht auch noch eins machen, mal sehen. Wenn mir selbst noch etwas einfällt, werde ich auch noch ein Video dazu machen. Also es wird vielleicht noch mal was kommen, aber erstmal ist es beendet, weil mir halt einfach nichts mehr einfällt zu dem Thema groß. Ich bin auch im Moment dabei, einen eigenen Server zu programmieren. Der kommt auch in ein paar Monaten. Ja, bin gerade richtig viel am Programmieren und so. Also wenn ihr jemanden fragt, wenn ihr jemanden braucht, dann könnt ihr mich fragen. Ich weiß da relativ gut Bescheid. Also mehr als auf jeden Fall als ein Anfänger. Ich bin natürlich kein Profi, ich bin so ein Mitteltyp. Ja, diese Mod, weil ich es bei anderen Tutorials schade finde, dass man dann später das Ergebnis nicht runterladen kann, habe ich dieses Tutorial angefangen. Und es gibt jetzt diese Tutorial zum Runterladen, äh, diese Mod. Dafür geht ihr einfach runter in die Videobeschreibung, erste Linke in der Beschreibung. Könnt ihr euch das Ganze dann holen. Und, ja genau, dann könnt ihr euch das Ganze dann runterladen. Dann geht ihr auf Mods, auf die Unterseite Mods und dann scrollt runter und da unten gibt es dann diese Mod. Die wird auch ab und zu mal upgedatet, wenn ich ein neues Video mache und so. So, genau, das wollte ich euch nur mitteilen und dann, ja, ich hoffe es hat euch gefallen und dann geht es dann mit einer neuen Serie direkt um 12 Uhr weiter. Seid gespannt, das stimmt nicht die Uhrzeit, weil ich die Serie schon wann anders begonnen habe. Aber dann danke fürs Zusehen und Tschüss!